Morgens, hier ist er wieder, euer Dutchman. Ich wollte euch einfach mal kurz informieren, dass ich zu Gast in Motokos World war, dem Server der Welt von Motoko und Xato, dem Let's Player Pärchen. Und die haben die beiden ersten Folgen schon hochgeladen. Links gibt es natürlich unten in der Beschreibung. Schaut es euch an, wir hatten richtig viel Spaß auf deren Server und in der Welt. Und ja, das wird mehr als eine Folge werden, was die dort hochladen. Ich habe natürlich auch aufgezeichnet und muss aber meinen Krempel aber erstmal schneiden und aufbereiten. Deswegen hier einfach mal kurz das Infovideo, damit ihr auf diesem tollen Kanal aufmerksam werdet, auf die tollen Videos dort. Die Motoko also aufgenommen hat, wie wir dann mit Xato bei ihnen durch die Höhlen getobt sind, uns in der Welt ein bisschen umgeschaut haben und so weiter. Ja, genießt es, vergnügt euch dabei, entdeckt vielleicht auch diesen tollen Kanal und ihren Zweitkanal, Motokos World Let's Talk. Wo interessante Let's Player vorgestellt werden und auf ihrem Hauptkanal machen sie halt selber Let's Plays zu sehr interessanten Spielen. Deswegen auch ganz frisch unten in meiner Empfehlungsbox. Wie gesagt, die Links zu den ersten beiden Folgen unten in der Beschreibung. Schaut es euch an, genießt es, freut euch drauf. Ich hatte jedenfalls einen Riesenspaß mit den beiden. Bis dahin, bleibt mir treu, bleibt mir gewogen, empfehlt mich weiter. Adieu mit Ö.